Eigentlich verkauft Wilfried Hahn Küchen, aber vor drei Jahren ist er auf den Hund gekommen. Ich hatte eine neue Freundin und hatte eine große Designerwohnung. Ich habe gesagt, okay, bringen wir die Hunde mit. Ins Büro reingesetzt, hochglanz, schwarze Bote, Husky, am anderen Morgen die Tür aufgemacht, Milliarden von Haaren, richtiger Haufe, ich denke, das gibt es nicht. Und dann haben wir im Internet geschaut, ob man sowas kaufen kann, damit man einfach den Hund halt direkt absaugen kann. Und haben sowas nicht gefunden und das war die Grundidee zu Cofix. Egal ob kurzes, mittellanges, raues, weiches oder extra dichtes Fell, für jeden Hund gibt es die ideale Bürste. Und alle passen auf jeden handelsüblichen Staubsauger, dank eines Adapters. Und Vera Sutterer und Wilfried Hahn haben alles bedacht. Damit die Hunde keine Angst vor dem lauten Saugergeräusch haben, enthält das Cofix-Set einen extra langen Schlauch. Der Vorteil an der Geschichte ist, man saugt die Haare direkt ein. Und nicht nur die Haare, sondern auch die Hautschuppen, der Schmutz, Parasiten, Zecken. Und hat im Endeffekt also alles in einem Abwasch. Also man hat seine Wohnung länger sauber. Und hat gleichzeitig den Hund gebürstet und gepflegt. Der das auch sehr genießt. Das ist wie eine Massage. Die Rundumpflege für den Hund freut aber auch Herrchen und Frauchen. Die sind mittlerweile auch sehr kreativ geworden und reinigen damit sogar Katzenbäume oder Möbel. Und auch sonst kommen Kunden immer mal wieder mit interessanten Anregungen. Das Goldigste war, da hat mir eine Dame Haare mitgeschickt und hat die Haare aufgeklebt, damit wir perfekt analysieren konnten, was für eine Bürste sie braucht. Und ich kann mich noch erinnern, es war ein Kurzhaarkulli. Und bis dato dachte ich immer nur, Kulli haben alle langes Fell. Und ja, ich hatte wieder dazugelernt. Mit den Kofix-Hundebürsten von Vera Sutterer und Wilfried Hahn aus Achern sind herumfliegende Haare kein Thema mehr. Alle Infos finden Sie auf kofix-world.de. Jule Bunze, Schwarzwaldradio.